Ich weiß, hier, bei uns in Texas, ist jeder auf sich selbst gestellt. Hallo? Ja, macht's Spaß? Ray, wer war das? Dein Mann. Ich hab einen Job für Sie. So ganz legal ist sie nicht. Ich soll die zwei umlegen? Ray, lass uns abhauen. Was willst du jetzt tun? Was willst du tun? Komisch ist sie, wenn sie nicht mit dir ins Bett steigt, dann mit einem anderen. Was noch viel komischer ist, ist wenn sie ihren Mundschutzblick aufsetzt und sagt... Ich verstehe kein einziges Wort. Wie kann man nur so naiv sein?